Pass auf, die Tiger. Es gibt so viele Tiger hier, ist ja fürchterlich. Ich gehe jetzt durch den Wald hier. Hier gibt es nur Bären, das geht ja. Habe ich ein Wasser gefunden? Ist doch auch doof, oder? Ein Wässerchen, ja. Oh, Flipper, ich habe Flipper gehört. Vielleicht hat er westlich irgendwas von mir gesagt. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe hier irgendeine Sackgasse eingelaufen, komme ich nicht weiter. Was ist das denn hier? Eine Skelettschädel, okay. Interessant. Ich suche da einfach nur so eine kleine, süße, kleine, niedliche Höhle. Da ist ja Wasserhöhlen. Ich habe hier einen Weg gefunden. Das ist ja cool. Ich habe hier einfach einen Weg gefunden. Okay, der Weg ist vorbei. Aua. Was war das denn? Was ist der Bär? Die Bären machen doch nichts normalerweise, oder? Uaah. Uaah. Was denn? Nur Tigerchen hier. Tigerchen über Tigerchen hier. Guck mal hier lang. Pass auf, Wolf. Komm mal. Ich könnte mich immer an, ich habe einen Verpöter. Können wir mal sehen. Ich habe mich immer an, ich habe eine Rüstung, aber ich habe da noch keine Zeit. Ja, der hat schon wieder was geknürt. Da hinten. Wolf Schucki, da vorne ist ein Wolf. Komm ins Wasser. Die kommen nicht hinterher. War eine Schnaps-Idee. Im Dunkeln hier zu marschieren wieder. Oh, bin ich wieder tot. Oh, Mann. Jetzt muss ich mir selber helfen. Ich habe es aber heute auch. Meine Fresse, ey. Na gut, dann gehe ich jetzt mal. Mal wieder gestärbt. Das dritte Mal, ey. Also stelle fest, ich werde nicht groß rumwandern, sofern ich keine 50-ige Rüstung habe. Vielleicht sollte man das mit dem Essen mal ein bisschen besser aufpassen vielleicht. Ey, dieser Käse. Ich komme da jetzt dahin, Schucki, ist das in Ordnung? Ja. Und dann gehe ich zurück. Das Silberbruch und teleportiere mich zurück. Und dann buddeln wir unten in der Mine. In der Gegend ist nicht viel los. Da sind wir auf sicheren Seite. Ist heute ein bisschen frustrierend irgendwie. Jedenfalls für mich. Nehmen wir an, du bist noch einmal Grappstein und vorwasst ihn. Ja, ich bin hier noch. Ja, da bin ich noch. Gut, die Füchse tuner nicht, Gott sei Dank. Aber ich bin nicht weit weg, das geht. Ich bin gleich da. Noch 100 Meter. Dann bin ich da. Außer ich treffe wieder auf so einen komischen Wolf oder sonst irgendwas. Das ist nur ein Schweinchen. Da habe ich schon Angst vor Schweinen. Da ist mal eine Schucki. Da ist wieder mitnimmt. Wo ist meine Bülze? Da ist meine Bülze. Die hilft nicht viel, die Bülze. Da ist mein Schwert. Da ist mein Schwert. Ich habe hier was gerade was gefunden. Ich sollte mal was essen, glaube ich. Ja. Das rohe Schweinepfal, das ist doof. Hier ist Labern, das ist nicht so schön. Ich habe doch hier irgendwo was gesehen gehabt. Wo war denn das? Hier ist ein Bär. Genau. Aua. Aua. Ich habe Granit gefunden, nur das ist ein Bär. Macht der Bär was? Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Wollen die vermöbelnden Bären? Ja, mache ich jetzt. Nee, der zu viel. Papis. Aber da ist roter Granit. Das kann man auch vielleicht anders lösen. Und dann? Und dann? Oh, dann. Nicht. Wo willst du denn jetzt da hin? Ich will den Granit holen. Das ist aber auch nicht allzu viel Granit, oder? Nee. Wenn du das noch Kies. Cool. Oh, ging doch. Der ging doch gut zu besiegen Schoki. Da muss ich mal eine Spitzhacke, da Kupfererz gleich wieder mitnehmen, das ist auch wichtig. Gehen wir auch mit. Kupfererz. Können sie Kupfererz auch schon mal mitnehmen? Vorsicht, da brotelt ein Feuerchen. Wo brotelt ein Feuerchen? Ich habe immer, dass du das Guckern gehört. Ja. Lachs. Da ist auch noch der Bär getropft. Also cool. Hier ist roter Granit, das ist auch schön. Das ist nicht weit bis nach Südhuser. Ja, bis Silberbrock, meine ich. Das ist auch schon mal roten Granit gefunden. Wie haben wir denn schon? 23? Da müssen wir dann schön schütteln für den Fußbrunen, weißt du? 23 und 31. Ja, wie weiß man hier mitkommen? Komm her, her. Den nehmen wir jetzt mit. So. Gab es noch etwas anderes Tolles hier hinten? Was gab es denn hier? Nee, da gibt es nicht so scheites. Doch, Kies. Den nehmen wir auch mit. Den Kies nehmen wir auch mit. Das ist nämlich der schöne Kies, weißt du? Was machen wir denn da mal? Wo ist meine Schaufel? Da. Da ist meine Schaufel. Ich brauche mir alles später. Das ist der schöne Kies zum Ausstaff hier. Diesen billigen Kies, den wir teilweise sehen, den wir dann zum Verbauen, mit Felsen davon. Kupferohre. Kupferbüscher, hast du die Kupferbüscher? Ja. Ein Kupferbüschchen habe ich hier. Das ist doch schön. 22 Kies habe ich. Ja, dann gehen wir jetzt einfach wieder zurück nach Silberburg, ne? Ja. Was meinst du denn? Von da teleportieren wir uns nach Hause. Seltsam davon. Wir könnten noch mal, wenn wir schon mal hier sind, wo ist meine Axt? Wenn wir noch ein bisschen... Nur ein normales Eichenholz ist ja auch schön. Ein bisschen die Päume. Wo ist meine Schuhe schon wieder hin? Warte. Komm. Wenn nicht, dass ich die wieder suchen muss, weißt du? Darum geht's mir. Wollen wir noch mal ein bisschen da hin? Da ist, glaube ich, noch mal so ein richtig komischer Hügel, wo vielleicht wieder Eisen und sowas von sein könnte. Wenn der da vorne ist, dann habe ich schon mit dem Jesse Jay schon ein bisschen abgegrast, glaube ich. Wollen wir noch ein bisschen weiter drauf haben? Da gibt's irgendwas von Gasen. Da habe ich schon leer gemacht. So, wo bist du denn jetzt denn? Hier. Wo ist denn hier? Hier. Hier. Hier ist hier. Was heißt denn hier? Hier heißt hier, weißt du doch. So, aber jetzt hier rüber. Ja, der ist aber... Da gibt's glaube ich nicht. Da ist nicht ganz so sicher. Ja, da ist aber noch mal drin, Leute. Ja, aber Kohle, Kohle haben wir. Ja, da haben wir nicht mehr viel. Kohle habe ich zuletzt so viel gefahren. Da ist nichts mehr drin, vergiss es. Der Bruder ist gleich bei uns tief runter. Wir können euch ja auch zu Fuß gehen, ne? Aber. Wir sind in meine Mine gefallen. Wir sind ein bisschen deine... Warum fällt es denn deine Mine? Weil ich den Eingang noch nicht so gebaut habe, dass man da nicht rein rein kann. Da könnte ich schon mal ein bisschen dieser Sand mitnehmen, was? Pass auf! Es wäre wieder hier Platz, wie ne? Was ist denn aus? Auf jetzt hier. Okay, komm, wir machen einen großen Bogen um den Tigerchen. Kann her. Kann her. Kann her. Kann her. Ganz schnell. Sag ich euch mal, was brauchst du noch da hochwertes jetzt länger? Was brauchen wir? Was brauchen wir? Boah. So, wenn du hast, nehmen wir gerne. Ob welche? Ich packe es bei uns in die Truhe rein in unserem Haus, das geht auch. So. Dann haben wir den Silberbruch. Ach, dann müssen wir unseren Wegweiser auch noch bauen. Stimmt ja. Ohne Wegweiser können wir nicht teleportieren. So, zumachen. Wo habe ich das Schild hingestellt? Da ist es da. Ah. Sehr gut. Dann können wir uns dann teleportieren. Das ist ja viel, viel einfacher. Und den Stein wäre aber nochmal versetzt. Dann muss jeder, der bei uns schon mal da war, muss halt neu lernen, ne? oder wie war das? Ja. Ich fühle mich jetzt da lang. Okay. Ich brauche hier nebenhin. Highlands. Genau. Super. Ja, ich habe jetzt, ähm. Löwenzahn. Ich habe Löwenzahn. So, zack. Okay, wollen wir uns nach Hause teleportieren? Gucken, was funktioniert? Ja. Ich bin wieder da. Ah, ich stehe in Schoki drin. Oh Gott. Ich dachte. Weil ich habe ja nicht gesehen, was er gut hat. Vielleicht hat er ja auch so Schokolade geholt und keine Himbeeren, ne? Vielleicht hat er ja auch so Schokolade geholt und keine Himbeeren, ne? Ja, nicht ungefähr. Was macht er hier? Oh Gott. Warum riecht das hier so nach Schokolade? So. Die Fresskiste war die Kiste hier vorne, ne? Die Fresskiste, ja. Dann habe ich hier jetzt noch ein bisschen hier das Kupfer, habe ich hier auch noch drin, das ist doch schön. Das klappt dann noch ein paar Bäumchen, das ist auch gut. Den Wegweiser hier reinpacken. Dann noch ein paar Kristalle hier nochmal. Feuerstein. Den Kies. So. Und jetzt versuche ich doch mal diesen Granit zu schüsseln. In welcher Form wollen wir einen Granit denn haben? Mal gucken, ne? Der wird auch nochmal Granit reingepackt in die Truhe. Ja. Dann muss ich jetzt nochmal gucken, wie ich den schüssel, weißt du? Das weiß ich noch nicht. Ich mach mal, ich nehm mal diesen Braid. Mal gucken wie das ist. Der Braid. Ich mach jetzt hier den Fußboden hier rein. Möchtest du hier solch einen Fußboden rein haben? Ja. Gut. Dann fangen wir jetzt schon an, den Fußboden hier zu bauen. Du sagst, du hast nochmal, ähm... Habe ich schon die Uhr gepackt. Ja gut. Super. Granit. Genau. Wie hab ich den geschüsselt? Braid. Der rote Granit ist Braid. French. Braid. Der ist Braid. Wird gar nicht reichen, wie es ausschaut, Schoki. Viel schlimmer. Das ist doch schön. Schade. Der rote Granit reicht noch nicht mal. Aber ich nehm doch langsam Form an hier, ne? Was meinste? Mhm. Boah, wie geht eigentlich nochmal eine Angel? Es ist eine Angel drinnen. Okay. Es sollte eigentlich eine Angel drinnen sein, sag ich mal. Drei Land. Soll es, ja, ich bin meiner Tochter sollen. Soll es nicht kennen. Ich hab mich nicht in Hand, aber ich habe mich noch mal zu vertreten. Okay. Wie geht es mir? ollern Sieg. Wie geht es mir? Oh, wie geht es mir? Ich bin mir. Ich bin zwei. Ich bin zwei. Ich bin zwei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 toll er hat gebaut noch mal verkehrt gebaut warum eigentlich das haben wir auch schon mal okay es geht so ein paar schuhe habe ich jetzt ein paar bäumchen so auch ein bisschen meine rüstung gemacht ein bisschen besser ja genau so und jetzt gehe ich das geben wir das user zurück und gucken wir mal irgendwo da sowas roses finden was meinst du denn wo hat man die teleportiersteine hingebaut ich weiß jetzt nicht wo das stein wir sind doch teleportiert vorhin das silberburg das ding hingesetzt siehst du mich auf der karte ja ich sehe es ja ich bin einfach nur für phoenix ne da gehen wir hin ich auch wieso was alles gut alles gut alles gut haben wir können nicht für nichts gehört ja ja die vertreter kommen bald also aufpassen das sonst mal kann man ja wir gehen jetzt hier mal die nordstraße lang und gucken da mal da irgendetwas finden wo wir buddeln können weil da war ja kein roter granit mehr da wo wir waren das ist meine sand der hand abbauen koma gibt so viel sand an komatiter sand sobstuhlensand gibt es hier irgendwo was denn nehmen wir spielen mein ganzer pc hat sich gerade einmal fest gefahren so jetzt wo wir noch ein schlüssel verbraucht lassen wir sprechen so weitermal ist so ein blitz habe ich schon zweifach verbraucht kann man ja immer die weststraße lang komm herrscher habe ich mir schwarzpulver okay da muss man kreeper gewesen sein das ist ein schönes monster nein das komische schwein ich finde ihn wichtig ich bin es witzig wie er verstanden ist ja es ist ja eigentlich ein schwein gewesen er hat einiges man sollte ein schwein werden da hat sich mir ein aber ein bisschen geirrt und das ist wohl dann zum schluss im kreeper großer bildungsphase würde ich mal sagen hier war das doch auch nicht wo war das denn dann können wir weiter weil ich schon wieder gehen weiter wirst du im berg mit krebel nehmen mit roten granit und rohstoffen wir aber gleich finden irgendwo pass mal 11 also in dieser ging hier hinten gibt es ja keine wölfe schon mal ganz gut hier gibt es keine wölfe schwarzeichenholz hier gibt es schwarzeichenholz wie cool ist das denn gibt es ganze menge schwarzeichenholz noch kaputt gegangen jetzt ich fasse es ja nicht ich habe noch wer sie guten schwarzeichenholz jetzt einmal das ärgert mich jetzt aber ja ich brauche aber meine spitzhack ist kaputt darum geht es ja die spitzhack ist kaputt meine axt wie ging dir jetzt noch mal die axt das ist die hacke das ist die axt ich weiß es noch super eine steinachs geht auch zurückkommt jetzt für ein paar setzlinge das ist verkehrt wir müssen uns hier hoch bauen um dann raus zu kriegen kann man ja mal machen warte mal kann man doch mit schwarzen eichenholz bauen oder oder wollen wir mit normalen eichenholz bauen mit schwarzen eichenholz bauen kann ich wieder umbauen na gut ist irgendwo noch etwas drin hier da ist noch einer drin ich habe jetzt 20 schwarzeichenhölzer und du was kaufst du denn schon wieder was lutschte denn da schon schokolade gibt es ja wenn ihr irgendwo setzlinge und da fallen gleich einsammeln hat sich das schon wieder gelohnt dass wir hier lang gegangen sind schwarzeichen gefunden das ist doch toll das ist gut um einzusetzen habt ihr meine quelle herausgefunden auf der weststraße unterwegs jetzt habe ich drei setzen eigentlich wollte ich ein bisschen rohstoff erfahren wir brauchen wieder eisen ja die noch hier mitnehmen dann ist gut können schwarzeichen und hinpflanzen dann können sie da wachsen und gedeihen sind noch irgendwo setzt den grund gekommen weil wir brauchen ja glaube ich vier stück müssen wir mal nebeneinander setzen so ich habe jetzt acht mal zwei bäume das ist gut okay ich komme ja weiter da ich kann immer da ach diese ja du kannst du mal mitnehmen du brauchst du später mal wo mache ich hier mal gespudelt da ist nicht so weit weg von sie huser hier ist schon mal kohle aber es ging gerade pling ich bin jetzt mal schon mal kohle und da habe ich mal den kohle es ging grad kohle das war an mir okay ich dachte aber das wäre bei mir schon wieder gewesen ich bin eine eisenspitze zacki die hebe ich mir erst mal noch auf glaube ich ne also hier passiert nichts mehr ist nichts standen muss auch runter haben du willst hier gibt es eine truhe hier mal die eine werkbank handy ich über die ich haben übrig dann baue ich jetzt noch mal eine stein spitzhacke und los geht's das rezept entdeckt sagte ob ich habe eine hülle gefunden hier irgendwas ok hier schon mal auch zu schalten ist doch so komische federmaus so dies weg habe gemacht sehr gut soll ich hier mal das eisen hier mal ab dass die kohle bisschen sand nehmen wir auch noch mit uns brauchen wir später für tinkers irgendwie nach dem sand war da nicht mal was gewesen du bist meine schaufel meine schaufel ich habe keine schaufel mehr ich habe ja gerade ein bisschen kohle gefahren oder es ist auch gut ja bring mit wenn ich rein kommt das ist gut sein zimmer auch mal später müssen auch erst mal unsere räumlichkeiten hinkriegen ich habe aluminiumbeerenbüsche gefunden die nehme ich gleich mal mit schuldigung war verschüttet gut hier kommt nichts mehr weiter das ist schon ganz gut so schmeiße ich jetzt weg was ich nicht mehr brauche ist doch doof so bei dir noch etwas gefunden alles runter hier irgendwas rechts links die fackel links die fackel auch du warst hier unten schon so cool hier gibt es auch wieder so ein bisschen hier kupfererz das nehmen wir mal mit was das denn sind jetzt hätten hier die fackels eingesetzt das brauchen wir alles später für cool das haben auch schon mal schmalte ich jetzt weg was ich nicht brauche mist gräber kein gräber gebrauchen wir nicht so schon eisen gefunden wo bist du jetzt für dich wir müssen die sachen gleich mitnehmen ja was ich nicht brauche ach so ich 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 Okay, jetzt haben wir hier Kupferbeerenbüsche. Luftkristall haben wir hier, okay. So, die Höhle ist hier gut zum Bauen. Weißt du das? Zum Bauen. Zum Farmen, meine ich. Sandstein rollt mich. Wir gehen noch gleich wieder zurück.